Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Hähnchentayine mit Honig und Datteln. Ein wahrlich schmackhaftes marokkanisches Gericht, verfeinert mit der Süße von Datteln, mit leicht an Marzipan erinnernden Touch der Mandeln, ist das mit Honig und zahlreichen Gewürzen zubereitete Hähnchentayine mit Honig und Datteln. Für all jene, die Lust auf ein bisschen Urlaubsgefühl haben, ein Muss zum Nachkochen. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. Folgende Utensilien werden benötigt. Zwei Pfannen oder eins Tailline. Zubereitung Das Öl in einen Topf geben und sehr heiß werden lassen. Erst die Zwiebeln glasig anbraten, dann die Hühnerfleischstreifen dazugeben. Sind die Fleischstücke weiß, die Gewürze darüber streuen und pfeffern. Das Salz erst ganz zum Schluss dazugeben, sonst wird dem Fleisch Wasser entzogen und es wird trocken. Für eine Minute rühren, Honig dazugeben und alles gut miteinander vermischen. Die Temperatur herunterstellen und den Topf für einige Zeit von der Platte nehmen. Die Mandeln mit etwas Öl in einer Pfanne anbräunen. Mandeln, Datteln, Koriander, Knoblauchzehen in den Topf geben, die Bouillon angießen bis die Zutaten fast bedeckt sind. Den Topf mit einem Deckel verschließen und alles auf niedriger Stufe zum Kochen bringen. Als Beilagen eignen sich Couscous Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!